Ist, ist man gut beraten an diesem gefährlichen Hand? Ich soll in der Sonntagsrede... Nein, ich verzichte auf ein Schlusswort angehen. Ich bin mir heute angesichts der Ehr und Aufregung meines Diskussionspartners, dem dahinter auf Grunde es geht, weil ich am Freitag meine Kandidaturformel einreiche, der so laut mittlerweile ist, dass es mir unmöglich ist, ein Schlusswort zu formulieren. Er krackte wie ein Ende. Dann gehen wir in eine kurze... Dann gehen wir ohne... Leidig! Dann gehen wir ohne Schlusssitzung. Sie haben Volldruck dazu unglaublich. Sie sind ein richtiger Volldruck. Was ist jetzt los? Nein, Entschuldige. Was ist jetzt los? Funktioniert ist ja komplett klar. Weil solange du eine... Herr Dr. Brunweiner, jetzt reißen Sie sie bitte. Reißen Sie sich einmal wieder zusammen. Sie sind ein Volldruck. Darf man jetzt Neger sagen oder nicht Ihrer manchmal? Und was hat das mit dem Namen Neger zu tun? Wer hat jemals gesagt, dass der Franz Neger nicht mehr Neger heißen darf? Ich will den Franz Neger nicht mehr Neger nennen. Obwohl ich mit dem Namen Neger... Eher... Oh je, eingeschlafen. Na, ist das die eierlegende Wollmilchsau der Psychiatrie?